Auf die 8. Juliane wird seine 7. Elisa Senz kommt auf die 5. Wormati wird die 1. Oh, Putejas kommt dann auf die 2. Naoumi Fela kommt auf die 9. Alisha Lehmann die 6. Mimiti, okay das ist jetzt gemein. Auf die 10. Juliane gewinnen wird die 3. Ja okay, im Crossover bleibt dann nur noch die 4.